Junge Frauen, sie stehen mitten im Leben, präsentieren sich selbstbewusst, geben sich aufgeschlossen und doch haben sie einen so langen Leidensweg. Schmerzende, dicke, stramme Oberschenkel mit Dellen an den Beinen, endlose Versuche Gewicht zu reduzieren, Diäten, Arztbesuche, Sport ohne Ergebnis. All das kommt Menschen mit der Diagnose Lipödem bekannt vor. Wir schauen uns heute diese Krankheit etwas genauer an. Welche Möglichkeiten haben Betroffene, sich untereinander zu verständigen? Was ist das für eine Krankheit, die sich so versteckt? Warum ist eine Diagnose so schwierig? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Mit all diesen Fragen wollen wir uns heute befassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.